Und damit herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. Wir sind hier noch mit Tyler in seinem Zimmer, oder Zelle, keine Ahnung, in seinem Zimmer und kurz vor dem Aufbruch, um uns mit der lang verlorenen Schwester wieder zu treffen. Also würde ich mal sagen, raus zur Tür. Diesmal habe ich sie auf Anhieb gefunden. Ja, sage ich noch, bitte gib mir Wasser und Sonne, danke. We have tomorrow's for a reason. Oh. Wer, das ist nicht erst die erste Episode, würde ich sagen, da passiert jetzt gleich was ganz, ganz Böses. Aber wenn sich zwei Charaktere so auf ein Wiedersehen freuen... Oh, okay, ich hatte recht, es ist was ganz Böses passiert. Sie hat den Teddy aus dem Fenster geschmissen. Wie kann sie denn... Och, der arme Teddy. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in ten years, and it's hi, Tyler. Oh. Sorry, I... It's fine, Allison. Hi's a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? No, this is it. My last ten years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronin, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Ah, okay. So, we have the first choice option. Of course, the people. Honestly, the people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. Okay, so it's not a weekend. It's actually more so a, yeah, so a, so a home for schwer Erziehbare, will I just mal nennen. Aber it's so good. Auch wenn ich immer noch gerne wissen möchte, ob er wirklich jetzt wegen dem Mord in Anführungsstrichen an seiner Mutter da gelandet ist und ob er das überhaupt war. Aus der Introsequenz, es kann natürlich auch sein, dass er das gar nicht war. Nein, wirklich. Ich bin 100% nicht kreativ genug, um diese Dinge zu machen. Oh, und letzte Woche? Sie mussten die Ferry aufrufen, weil ein Bär auf Bord war. Kein Weg. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Ja, well, you know what they say. Safety first in bear country. Ja, aber prevention ist best. Common sense geht ein langer Weg in keeping sie von getting shot. The bear ist okay, Tyler. Für jetzt. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps. Even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. What about you? Allison? Well, zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry. I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Ooh, unseen. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra two hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken two more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? Nope. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. No. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere. Can't wait to get out of here. Hmm. Hmm. Okay. Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? I mean, having cable and full-time electricity was definitely a plus. But no one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo and that's it. That's your life. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juno. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. I'm buff. Is that smoke coming out of Stonehouse? Guess someone finally bought that old shack. That or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the crepes. Those windows are like huge gawking eyes. You think people talk about Bar House this way? Probably. Hmm. They can't front me, or da? No. If so, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I meant we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view. Unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Shoot? I was told... I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor three years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Das sind übrigens nicht durch die Bank weg die höchsten Grafikeinstellungen. Das sieht man den Bäumen da hinten auch sehr gut. Aber ich finde es trotzdem echt schön. Allison? Ja? Spitt it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? Hm? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for seven years. The Fireweed Administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. And you're the two most important people in my life. And you're the two most important people in my life. Hmm. Ja gut, komm. Verzeihen wir ihm das. Was auch immer. Es ist immer besser zu verzeihen. Ist er denn jemand verkackt so richtig? Ich will ihn nicht verkackt so richtig. Really? Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. You know, you could call him Eddie. Or even... Uncle? Hard pass. Ja, wenn er ihn wirklich verhaftet hat, dann wäre ich auch sauer. Did you hear that? Whoa. Okay. Okay, jetzt können wir uns mit ihm ein bisschen umschauen. Bier ist mein Sport, wirst du mein Sixpack sehen. Könnte ich auch auf dem Auto haben. Würde ich aber nicht vorne irgendwo draufkleben, sondern wäre dann die Seite oder hinten. Yikes. Hey, I heard that. Okay. Aha, also gegen Gun Control. Und für Crime Control. Mhm, okay. Und offenbar ein Jagdbeführer. und zwar auf den Wegkampen. Dieser ist halt der Siege. Und zwar auf dem Wegkampen. Ich bin nur eine Räulein-Land-Krown-Krown-Krown-Krown-Krown-Krown-Krown. Wenn alle Stricke reißen, befolgen sie die Anweisung des Käpt'ns. Das ist sein Truck. Hier können wir nichts angucken, schneller laufen können wir auch nicht, dann reden wir halt noch mit ihm, vielleicht können wir ja noch ein bisschen mehr reden. Okay, nochmal dann. Oh, so you owed your family a visit? Oh, das. Oh, das. Oh. Oh. Okay, komm, wir sind ehrlich. Warum noch nicht? Okay. Gute Antwort. Ich wusste gar nicht, dass die Mädchen einen Bruder hatten. Hatten wir nicht. Find ich gut. Oh, Flyer. Finale Expedition, Alaskas Kronjurel entdecken. Mhm. Jetzt geöffnet. Dewdrop in Bed and Breakfast. 258 Barrow Street, Hobart Cove AK. Das Haus bietet eine begehbare Kühlzelle und Platz für die Verarbeitung von Wild und Fleisch. Oh, Lee in Alaska. Biete 5 Meter Kanu. Stabiler und robuster Glasfaserrumpf, Heckspiegel für 5 PS Außenborder. 500 Dollar. Keine Verhandlungsbasis inklusive Paddel. Anruf oder SMS. Okay. Okay. Einführung Igelkraftwurztee herstellen. Unser Leben, unsere Community, unser Kulturprogramm. Gesponsert von der HUNA Heritage Foundation. Lerne, wie du Igelkraftwurz erntest und zu Tee verarbeitest. Jetzt anmelden. In Dillers Crossing am Sonntag, den 19. Juni. Anmeldung bei A. Wilson unter mhmhm. Nur 20 Teilnehmer pro Kurs. Klingit Tanzperformance. Oh Gott. Gakshu Ksai. Oh Gott. Das tut mir leid, falls irgendjemand weiß, wie man das wirklich ausspricht. Ich weiß es nicht. Ist eine Tanzgruppe, die unsere Community, Herkunft und Tradition zelebriert. Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns zu trommeln, zu singen und zu tanzen. Kommt und feiert mit uns unsere Kultur. Am Montag, 16. November um 18 Uhr in der Dallas Crossing Community Theater. Im Dallas Crossing Community Theater. Öffentliche Veranstaltung eintrittfrei. Und da unten. Schützt unsere Heimat, wir haben keine anderen. Okay. Das ist das übliche Zeugs. Under the Sea. Mhm. 19. December. Eintritt 10 Dollar Abendgarderobe. Das war nicht Allison's High School? Okay. High School mit Abendgarderobe. So wahrscheinlich ist es dann auch bei irgendeinem Ball oder so. College of Matters. Wir sind hier. Schauen wir? Let's go. Back to the car, Ronan. Ich weiß gar nicht, ob das so getimed war tatsächlich. Oder ob das halt immer dann, wenn ich quasi alles auf der Fähre gelesen habe, automatisch dann die Ankunft gescriptet ist. Oder ob das jetzt einfach nur ein echt guter Zufall war. Dass ich genau so lange gebraucht habe, bis sie sagt, okay wir sind da. Ich vermute eher das erste, aber na, wär schon cool. Wenn ich es genau so getimed hätte. 7. Treibende 22. 23. Das war's für heute. Also an der Vegetation sieht man doch die Grafikeinstellungen deutlich, aber mir ist es egal. Ich bin froh, dass ich das Spiel noch spielen kann, obwohl mein Rechner jetzt schon sechs Jahre alt ist und auch damals kein High-End Rechner war. Und wir können nicht alle High-End PCs haben, auch wenn ich definitiv in den nächsten paar einen kleinen 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 Wow. Es ist genau wie ich mit dem ich erinner. Nur, es ist schweig. Wie ein Polaroid auf der Tür. Von der Seite, es ist es so toll. Das ist das Problem. Struktural und vielleicht ein Problem. Du denkst, es gibt eine Chance, die jemanden kaufen, wird es einfach schlafen? Wenn jemand es kaufen kann, kann es alles machen, was sie wollen. Du wirst nicht alles interessieren? Würdest du? Natürlich. Allein wo ich sehe, ich sehe ein Stück von einer unserer Aventure. Allein wo ich sehe, ich sehe einfach sie. Okay, sie bereiten also das Haus für den Verkauf vor. Und bevor wir da jetzt reingehen und loslegen, mache ich an der Stelle wieder mal einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.